In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Matrizengleichung lösen kann. Und es ist für N-Mann-N-Matrizen gedacht. Das bedeutet Matrizen mit gleicher Anzahl von Zeilen und Spalten. Bevor wir uns das Ganze anhand von Beispielaufgaben anschauen werden, will ich noch ein paar wichtige Grundlagen erwähnen. Alle Matrizen, die ich hier in diesem Tutorial verwende, A, B, C und so weiter, sind invertierbare N-Mann-N-Matrizen. Invertierbarkeit ist eine sehr wichtige Eigenschaft, wie wir gleich sehen werden. Dann, die inverse Matrix wird natürlich bezeichnet mit A hoch minus 1, was eigentlich bekannt sein sollte. Und E ist die Einheitsmatrix. Zur Erinnerung, die Einheitsmatrix ist das neutrale Element der Multiplikation. Und für eine 2x2-Matrix sieht sie so aus, sehr leicht erkennbar, anhand der Tatsache, dass alle Elemente auf der Hauptdiagonale 1 sind und die restlichen Elemente 0. Und für eine 3x3-Matrix kann sie auch beispielsweise so aussehen. Sehr wichtig für das Lösen von Matrizen-Gleichungen sind auch die Eigenschaften der inversen Matrix. Als erstes, wenn man eine Matrix mit ihrer Inverse multipliziert, dann kommt immer die Einheitsmatrix raus. Das gilt natürlich auch in der anderen Reihenfolge, wenn man die Inverse mal die Matrix multipliziert, kommt auch die Einheitsmatrix raus. Aufpassen, diese Eigenschaft trifft jetzt hier nur bezogen auf die Inverse zu. Im Normalfall ist die Multiplikation von Matrizen nicht kommutativ. Das bedeutet, wie rechts abgebildet, A mal B wäre nicht das gleiche wie B mal A. Als erstes wollen wir uns anhand von zwei einfacher Beispiele die grundsätzliche Vorgehensweise anschauen. Also, wir werden eine Gleichung haben, die wir nach x umformen wollen. Die erste Gleichung sieht dann so aus. A mal x ist gleich B. Jetzt, unser Ziel ist natürlich, diese Matrix A auf der anderen Seite zu bringen. Dafür multiplizieren wir an dieser Stelle mit der Inverse von A. Okay, auf was müssen wir hier noch achten? A befindet sich auf der linken Seite von x. Deshalb muss man unbedingt, weil die Multiplikation von Matrizen nicht kommutativ ist, von links multiplizieren. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn ich die ganze Gleichung mit A hoch minus 1 von links multipliziere, habe ich A hoch minus 1 mal A und mal x ist das gleiche wie A hoch minus 1 mal B. So, was bringt jetzt das Ganze? Wir haben hier diesen Term A hoch minus 1 mal A. Und wir erinnern uns daran, anhand der Eigenschaften der Inverse ergibt das E. Und E ist das neutrale Element, das beurteilt E mal x, bleibt ja nur x übrig. Somit haben wir unser Ziel erreicht und können sagen, x ist gleich A hoch minus 1 mal B. Und wenn man jetzt die Matrizen tatsächlich hätte, man könnte es einsetzen und ausrechnen. Die zweite Gleichung sieht dann so aus. Wenn ihr die Zweigleichung vergleicht, dann erkennt ihr, dass A jetzt auf der rechten Seite steht. Grundsätzlich wählen wir die gleiche Taktik. Wir multiplizieren das Ganze mit der Inverse von A. Nur diesmal, weil A auf der rechten Seite steht, müssen wir natürlich von rechts multiplizieren. Entsprechend werden wir dann haben, x mal A mal A hoch minus 1 ist das gleiche wie B mal A hoch minus 1. A mal A hoch minus 1 ist natürlich wieder die Einheitsmatrix. Somit x mal E sind x. Und wir haben unsere Lösung, x ist gleich B mal A hoch minus 1. Und zur Erinnerung, diesen ganzen Ärger mit den zwei Vorgehensweisen haben wir nur aus einem Grund. Und zwar, weil die Multiplikation zweier Matrizen nicht kommutativ ist. Deshalb müssen wir immer darauf achten, ob wir von links oder von rechts multiplizieren. Und jetzt sind wir bei den tatsächlichen Beispielaufgaben. Löse die Matrizengleichung nach x auf. Okay, wie bei jeder anderen Gleichung geht es erstmal darum, die Terme mit x auf eine Seite zu bringen und die alleinstehenden Matrizen auf die andere Seite. Aus diesem Grund bringen wir erstmal gedanklich sozusagen diese minus A mit plus A auf der rechten Seite. Und gleichzeitig, damit wir uns ein bisschen Scheibearbeit sparen, können wir auch das x mit minus x auf der linken Seite bringen. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus. A mal x minus x ist gleich A. Jetzt müssen wir irgendwie an diesen x rankommen. Und dafür müssen wir ausklammern. Allerdings steht jetzt x auf der rechten Seite von A hier an dieser Stelle. Deshalb müssen wir von rechts ausklammern. Also gedanklich könnt ihr euch das so vorstellen. Ihr habt jetzt hier auf der rechten Seite ein x und hier eine Klammer, wo ihr einfach schreiben müsst, was übrig geblieben ist. Na ja, bei dem linken Term ist ja klar, wenn ich das x wegnehme, dann bleibt ja nun A übrig. Bei den rechten Termen muss man ein bisschen nachdenken. Und zwar hier vor dem x steht eine 1. Bei Matrizen ist das das neutrale Element. Und das bedeutet, es bleibt ja eine Einheitsmatrix übrig. Also in Klammer steht dann A minus E. Und das Ganze mal x. Ist gleich natürlich wieder A. Jetzt, um x alleine stehen zu haben, muss die ganze Klammer rüber. Und das passiert natürlich mit der Inverse dieser Klammer. Also wir multiplizieren mit der Inverse A minus E in Klammer hoch minus 1. Und zwar von links, weil sich die Klammer links vor dem x befindet. Ich schreibe einfach mal abgekürzt hier V Punkt L Punkt. Das heißt von links multipliziert. Entsprechend haben wir dann x ist gleich. Also von links mit dieser Klammer multiplizieren. Dann haben wir dann A minus E hoch minus 1 mal A. Und das wäre die Lösung dieser Gleichung. Unsere zweite Beispielaufgabe sieht dann so aus. Und auch hier gehen wir mit der gleichen Taktik vor. Also wir wollen einmal dieser Minus X auf der linken Seite haben. Deshalb schreibe ich einfach mal hier hinten Plus X. Und gleichzeitig soll dieses Minus A von der linken Seite verschwinden. Deshalb schreibe ich hier Plus A. Entsprechend haben wir dann x mal A und dann Plus X ist das gleiche wie A Quadrat plus A. Übrigens auf der rechten Seite macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt A Quadrat plus A oder A plus A Quadrat schreibe. Addition ist schon kommutativ. Gut, jetzt. Beide Terme hier beinhalten ein x, also klammern wir x und zwar diesmal von links aus. Und dann bleibt beim ersten Term A übrig. Und hier hinten genau die gleiche Taktik wie vorher. Hier steht eine 1, das entspricht der Einheitsmatrix. Also haben wir hier ein Klammer A plus E. Und das Ganze ergibt dann A Quadrat plus A. Diesmal müssen wir auch mit der Inversen dieser Klammer multiplizieren, aber von rechts. Deshalb schreibe ich jetzt mal A plus E hoch Minus 1 und abgekürzt V Punkt R Punkt. Also von rechts multipliziert. Somit ist x gleich. Aufpassen, hier befinden sich bereits zwei Terme. Deshalb müssen sie nochmal in Klammer geschrieben werden. A Quadrat plus A mal A plus E in Klammer hoch Minus 1. Und das wäre die Lösung dieser Gleichung. Und natürlich wollen wir uns zum Schluss noch ein bisschen steigern. Also, die Aufgabenstellung lautet, A und B sind N-Matrizen uninvertierbar. E ist die Einheitsmatrix, löse die Gleichung nach x auf und vereinfache es so weit wie möglich. So, entsprechend sieht die Gleichung ein bisschen aufwendiger aus. Ist sie auch. Also, wie gehen wir vor? Als erstes wollen wir irgendwie an diesen x drankommen. Allerdings sieht die linke Seite auch nicht so gut aus, auch wenn sie kein x beinhaltet, weil diese Klammer noch vorhanden sind. Also sollten wir in erster Reihe die Klammer auflösen. Das machen wir natürlich mit diesem sogenannten Distributivgesetz. Der gilt ja auch hier. Das bedeutet, wir multiplizieren jede mit jeder Matrix. Allerdings aufpassen bitte auf die Reihenfolge, von links nach rechts. Das heißt, erstmal kommt hier A mal E. Dann A mal minus A sind natürlich minus A Quadrat. Dann nächster Schritt, B mal E, also plus B mal E. Und B mal minus A sind natürlich minus BA. Ist gleich und genau das gleiche auch hier. Einmal das mal das und dann einmal B mal A. Entsprechend haben wir dann x mal A minus B mal A. Also an dieser Stelle müsst ihr nur auf die Reihenfolge achten. Jetzt wollen wir natürlich wieder an diesen x rankommen. Was können wir machen, indem wir zuerst dieser minus BA rüberbringen. Und natürlich mit plus BA. Da sollte euch was Nützliches auffallen. Auf der anderen Seite steht wieder minus BA. Das bedeutet, dieser minus BA und dieser minus BA kürzen sich weg. Also dieser plus BA ist jetzt überflüssig. Außerdem beim Vereinfachen sollte euch noch auffallen, hier steht einmal A mal E und hier steht B mal E. Wenn man eine Matrix mit der Einheitsmatrix multipliziert, bleibt natürlich nur die Matrix selbst übrig. Das bedeutet, das ergibt A und das ergibt B. Das wird dann ein bisschen unser Term vereinfachen. Entsprechend haben wir dann A minus A Quadrat plus B und minus BA ist dann weg. Ist das gleiche wie x mal A. Jetzt müssen wir nur noch diesen A loswerden. Dafür multiplizieren wir natürlich mit der Inverse A hoch minus 1 und zwar von rechts, weil A sich auf der rechten Seite von x befindet. Also V Punkt R Punkt. Entsprechend haben wir dann A mal A hoch minus 1 minus A hoch 2 mal A hoch minus 1 und plus B mal A hoch minus 1. Das Ganze soll dann x ergeben. Jetzt geht es wieder nur darum, Terme zu vereinfachen. A mal A hoch minus 1, das war eine der Eigenschaften, die wir bereits erwähnt haben. Wir geben zusammen, multiplizieren die Einheitsmatrix. Hier von dieser A hoch 2 können wir auch ein A abkoppeln und mit der A hoch minus 1 multiplizieren. dann hätten wir an dieser Stelle nur noch A mal E, was wiederum natürlich A ist und B mal A hoch minus 1 bleibt einfach so. Also unser Ergebnis, wenn ich jetzt einfach die Gleichung umdrehe, lautet dann E minus A und plus B mal A hoch minus 1. Und mehr kann man dieser Term nicht vereinfachen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich habe mich hier in diesem Tutorial hauptsächlich auf die Umformung nach x konzentriert. Natürlich kann es auch passieren, dass die Matrizen auch tatsächlich vorgegeben sind. Dann muss die auch in der Lage sein, eine Matrixmultifikation durchzuführen, beispielsweise mit dem Schema von Falk oder eine Inverse zu bestimmen. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen sowie weitere Themen aus dem Grundstudium findet ihr gleich im Abspann.